Ho, 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 meine lieben Freunde. Ich öffne das Schleusentor. Jetzt. Wir öffnen gerade den lokalen Homeserver für Downloads. Hol Humanite hier runter. Jemand ist in den Server rein. Lokal. Wir wissen nicht, was sie haben und mit wem die arbeiten. Lasst sie nicht in Kommen. So, die Daten werden geladen und ihr wisst ja, Markus, was hast du gemacht? Was meinst du? Ich habe euch die Tür aufgemacht. Und gleichzeitig Homes Sicherheitsdienst alarmiert. Die müssen ein Hilfssystem haben, das ihre Verbindungen überwacht. Zieh den Kopf ein und warte. Wir saugen alles so schnell wie möglich runter. Okay, beeilt euch. Ich weiß immer noch nicht, wie die Elektroschockladungen funktionieren. Ich will ja im Grunde genommen keinen töten. Ihr habt das ja vielleicht in der letzten Folge gesehen, wie katastrophal das gelaufen ist. Aber momentan sind zumindest noch keine Wachen aufgetaucht. Ich verschließe mal einfach immer wieder die Türen. Die Türe will sich jetzt wieder schließen lassen. Okay. Cool wäre, wenn man irgendwie aus dem Fenster springen könnte. Geht aber leider nicht. Ich glaube, ich renne gleich einfach raus und versuche halt mal einfach mal keinen dabei zu erschießen. Zur Abwechslung. 94, 95, 96. Jetzt läuft so langsam. Ich nehme mal die Dinger wieder mit. Das ist ja auch praktisch, dass man die einfach wieder aufheben kann, ne? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo es hergeht oder wo es rausgeht oder so. Aber immerhin alles in Ordnung, sagte der Roboter gerade. Das bedeutet, wir können vermutlich einfach rauslaufen. Mache ich jetzt jedenfalls auch einfach mal. Nichts zu vermelden. So, alles gut. So, da bin ich. Und jetzt gleich noch drei Meter, zwei Meter, ein Meter und Missionsziel erfüllt. Wann war das beim ersten Mal so ein Theater, denke ich mir denn immer? Das ist nicht cool. Gar nicht cool. Sitara, was sieht ihr? Home packt die User zusammen in verschiedene Streams und verkauft dann den Zugang an andere Firmen. Überwiegend wohl Krankenversicherungen. Na und? Wenn du zu oft Pizza bestellst, schießt du deinen Beitrag hoch. Und Home kriegt Provision. Wow, I'm türkisch. Das war erst der Anfang. Wir gehen alles durch und sammeln die pikanten Details fürs Enthüllungsvideo. Was macht der Typ da? Warum hat er denn einen Kloböste im Arsch? Spoiler! Spoiler! Was? Oh Mann, Mission abgeschlossen. Ach Gott, oh Gott. Wir verpissen uns jetzt hier. Also die letzte Stunde, die ich gespielt habe und sie zwei folgendlich aufgenommen habe, waren ja beide mal durchwegs furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Ich brauche leichtere Missionen, meine Freunde. Wesentlich leichtere, wie es ausschaut. Keine Spoiler, versprochen. Sitz-Video ist fast perfekt und ich habe für uns eine Limo für die Fahrt zum Sutro. Hilfst du mir, den Sender vorzubereiten? Ich soll das Ding hacken, oder? Hack-Hater, Mann. Bin unterwegs. Okay. Mit Ranch treffen. Auf der Karte anzeigen. Und dahin müssen wir. Dann machen wir das erstmal. Und los geht's mit unserem Mini. Wird gerade ein bisschen neblig hier in San Francisco Bay. So, ich hoffe mal, das läuft heute ein ganz klein bisschen runder, ey. Bitte, bitte, bitte. Also, ich habe echt gedacht, wenn das jetzt die dritte Folge in Folge so schlecht wird, dann gebe ich es einfach auf. Also, dann würde ich sagen, ey, Watch Dogs 2 kann ich nicht let's playen. Weil das wäre zu viel. Ich muss zu viel ausprobieren, zu viel gucken, zu viel tun. Erstmal, im Grunde genommen wäre das so, man muss erstmal 10 Stunden im Spiel spielen. Und dann am besten ein Let's Play machen. Vielleicht liegt anderen Leuten das Spiel mehr. Mir liegt es jetzt gerade anscheinend nicht so sehr. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, vielleicht geht es ja anderen auch so. So, Moment, ich stehe da so weit vom Bordstein weg. Bei denen hat keiner Geld. Würde mich auch wundern, wo die hier also auf der Straße um sitzen. Wo schießt jemand was? Warte, hat denn jemand geschossen? Das war ja jetzt ein Fehler, oder? Ihr müsst sofort herkommen, ihr läuft, wir schießen. Wuhu, Baby, Bitch, yeah. Da bist du ja, kleiner Mann. Das CTOS überwacht die Situation. Die Polizei ist unterwegs. Hallo? Zwischensequenz incoming. Kann's losgehen? Ja, Sir. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja. Ich glaube, wir haben uns bald einen Urlaub verdient. Bist du dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein. Stachelrochen, Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Bieste haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Veto. Okay, du hast nur ein Veto. Also Delfine. Ach, komm, Marcus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich hab so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein Eins-Aß-Nach-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein, 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 nein. Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Ranch ist schon ein bisschen abgedreht so, oder? Wie läuft's denn bei euch, Jungs? Stachelrochen und Killerwale sind raus. Aber Delfine stehen noch zur Auswahl. Oh, nein, tun sie nicht, jo. Gute Wahl mit den Rochen. Die haben den Crocodile Hunter gekillt. Jo. Ich bin grad total verwirrt. Worüber reden wir überhaupt? Wir koordinieren die Winkelanpassung, die nötig ist, um Daten über Richtfunkanlagen zu übertragen. Braucht ihr dabei Hilfe? Nein, passt. Aber wir lassen Josh immer außen vor, ne? Die arme Sau. So, jetzt gleich sind wir da. Noch ein bisschen. Komm, ich muss niesen, ey. Ich glaub, ich krieg echt Schnupfen. Ärgerlich. Ich überhole innen. Eiskalt. Ich hab'n... ...einen Wendekreis vom... ...vom Super-Lkw. Voll, das Ding ist auch so langsam hier, was ich fahr'. Ich fahr' echt Vollgas, ne? Aber im Moment kann ich ein Pick-up überholen. So, oh. Vielleicht die Leitpranke. Tuschiert. Leitpranke. So, ganz unauffällig. Hier bin ich. Here we go. Alter, meinst du nicht, du fällst auf? So, mit deinem Look? War nur ne Frage. Das geht jetzt echt so weit. Na los, hol' noch. Ich werde einfach hierbleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen. Ja, toll. Ich darf das wieder alleine machen, oder was? Wo bist'n du? Ach, er gammelt da hinten rum. Okay. Außerreichweite. Ein Officer. Zwei Officer. Gehen wir uns mal ein bisschen näher, oder? Okay. Okay. Was kann ich hier bitte gerade steuern? Gabelstabler. Okay. Ha. Entschuldigung fürs Schnufen. Ich fühle mich schnupfrig. Ich lenke ihn mal ab. Das ist ja zum Beispiel so ein cooles Feature, ne? Das würde ich ja sagen, ist jetzt auch so ein Wachmann, der irgendwo so von ferner Liefen steht. Wollen die Wachleute, was die für Knarren haben, du, ey. Und wie nehme ich das denn mit? Ach, da. Okay, mit dem kleinen Roboter da reinfahren, oder was? Na, komm schon. Na, komm schon. Sutro Tower-Kerndaten. Neue Kerndaten verfügbar. Sehr schön. Weiß nicht, ich bin mir immer nicht sicher, ob so Zivilisten mich sehen dürfen, oder ob die einfach nur dann keinen Alarm schlagen. Lustbewegungs- Also, okay, die regen sich halt auf, aber machen anscheinend jetzt kein Theater, oder sowas. Ein bisschen Geld abgezogen. Hier ist gar nichts. Na, zumindest bin ich jetzt mal oben, ohne einen getötet zu haben bisher. Okay, der draußen vom Tor, der zählt aber nicht. Würde mich ja nicht wundern, wer jetzt in dem Moment, wo es ein bisschen weiter geht, sofort einer angelaufen kommt, der mich, äh, der mich sieht und findet und platt macht, oder? So, Kameras. Was muss ich denn jetzt hier machen, überhaupt wieder? Ich hab jetzt gedacht, ich muss wieder so eine Linie finden, die irgendwoher führt, oder so. 54 Meter, 4 Meter, ich muss eigentlich direkt unter mir. Könnte ich kein Loch in die Wand bohren? Na klar, Mann. Ich bin multi, ulti, super cool gefährlich. Moment, wenn das nicht ein Foto, Zeit für ein Selfie ist. Komm mit, Knarre, Alter. Yeah, bitch. Vom Sutro Tower. Vor allem die Follower. Vor allem gab das Follower, ich pack's nicht, ey. Also, die Follower in der Idee, Blindheit. Musik. Musik. Sicherungs-Terminal Fynn, meine Güte Handy von Technica für Zugang-Hacken Wir gehen in Neustart in 3, 2, 1 Und jetzt gehen die Zahn- und Schwungräder durch leblose... Wir gehen nur auf die Spitze des Sutro Towers Jetzt machen wir Geräusche, mit Ausnahme der Klimaanlage... Sind drin, klasse! Jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten Sag das nochmal! Das war nur ein Witz, der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten Danke, Josh Scheiße, Mann, ey Hätte mal nicht einmal mal keiner da stehen können, oder was? Ich muss ja eigentlich nur innerhalb des Missionsgeblieds bleiben, damit die Mission nicht abreißt, oder? Das ist so ein bisschen was wie das System austricksen Ja, und dann, bei mir wehört Ich luke mir Bekro Du, вроде Ich luke mir Bekro Ich sollte dann